48 Millionen sind ein grosser Betrag für eine Sanierung. Darum danke ich der Stimmbevölkerung der Stadt Bern herzlich, dass sie dem Kredit für die Sanierung des Freibad Weyerli zugestimmt haben. Das Weyerli ist eines der grössten Freibäder in Europa und darum ist es schwierig, mit einer alten Technik die grosse Wassermenge in guter Qualität zu erhalten. Ich bin froh, dass wir eine neue Technik einbauen können, damit das Weyerli nach einem Jahr Bauzeit allen wieder zur Verfügung steht und dass sie ihr geliebtes Weyerli voll und ganz geniessen können.